Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zum neuen Video. Direkt nochmal der Hinweis, wir haben so viele Views mittlerweile auf die Videos, aber in Relation, die Abonnentenzahl passt noch nicht. Dementsprechend gerne ein Abo dalassen, wenn euch der Content gefällt. Und wir schalten direkt um, wir gucken auf die erste Nachricht und in der letzten Woche werden viele von euch den massiven Börsencrash von Delivery Hero mitbekommen haben. Wer ist Delivery Hero? Das ist dieses Unternehmen, auf dessen Webseite ich hier drauf bin und man kennt sie unter den verschiedensten Namen weltweit als Lieferservice für Essen. So, und dann haben wir jetzt zum Beispiel, wenn wir hier mal Europa filtern, Foodora, Foodpanda, Foodie, das kann ich nicht aussprechen, irgendwas, Miam und E-Food, GR und so weiter. Dementsprechend, die sind sehr, sehr breit aufgestellt, haben verschiedene Lieferservices, wie gerade eben geschildert und wenn wir bei Wikipedia mal ganz einfach reingucken, sehen wir, dass die seit Mai 2011 auf dem Markt aktiv sind, gegründet wurden und der Umsatz liegt bei sage und schreibe 2,47 Milliarden Euro im Jahr 2020. Das ist natürlich durch die C-Zeit in der letzten Zeit auch massiv gewachsen, dass da die Aktien auch massiv bei gestiegen sind, ganz logische Konsequenz im Positiven gesehen, aber letzte Woche ist das passiert. Und das erinnert an Wirecard, wie ich finde. Das ist wirklich ein massiver Einbruch dieser Aktie, das ist wirklich heftig, wir gucken auch mal einen längeren Verlauf dazu noch an, da sind wir hier, generell auch so in der letzten Zeit war es schwächer geworden, aber dieser Drop hier ist halt einfach nochmal wirklich wahnsinnig, wenn man sich den ganz genau hier anguckt. Ganz heftige Nummer, ne? Also er hat mich sehr, sehr stark hier an Wirecard erinnert, das ist Wirecard ein Jahresübersicht, passt auf, haltet euch fest, drei Jahresübersicht. Oh Leute, also ich hoffe, keiner von euch war oder ist noch in Wirecard irgendwie investiert, das ist hinüber, ne? Also Wirecard sollten ja viele von euch am Schirm haben. So, dementsprechend, wir müssen heute über Delivery Hero sprechen und was genau da noch, ja, passiert ist. Also, hier heißt es dann, Delivery Hero-Chef Niklas Oestberg entschuldigt sich bei den Anlegern, der CEO und Mitgründer von Delivery Hero hat sich hier entschuldigt, dafür, dass die Aktie abgeschmiert wäre. Und in einem weiteren Artikel heißt es dann nämlich auch noch nach Kurzeinstoß, Oestberg kauft Delivery Hero-Aktien für 14 Millionen Euro, die hat er wiederum schon am letzten Donnerstag nämlich gekauft. Und klar, das hat dann natürlich irgendwo so den Vorteil, dass sein eigenes Portfolio besser aufgestellt ist, zum günstigen Kurs die Aktie zu haben. Aber genauso pusht das natürlich bei 14 Millionen Euro logischerweise auch irgendwo den Kurs. Und wenn wir uns den aktuellen Aktienkurs angucken, gewinnt die nämlich wieder kräftig, wie auch finanzen.net hier schon schreibt. Aktualisieren wir uns den nochmal, sind wir bei 48,50 Euro. Und wenn wir den im Interday angucken, ist die bei fast 15 Prozent heute im Plus. Generell ist natürlich durch die Russland-Ukraine-Situation, weil sich da gerade einiges wieder, ich sag mal, die Wogen glätten, kann man ja auch nur hoffen, wieder ziemlich deutliche Beruhigung im Markt, sodass wieder einiges an Geld reingeschoben wird. Und viele sagen, jo, die ist natürlich jetzt sehr, sehr niedrig bewertet, da kann man günstig einsteigen. Wird jetzt die Zeit zeigen, wie das Ganze weitergeht. Das Krasse ist, wie volatil so eine Aktie hier halt auch sein kann. Denn, so hieß es hier, wir haben die Finanzergebnisse von Delivery Hero 2021 vorgestellt und eine Aussicht auf das aktuelle Jahr, also 2022 gegeben. Und dann hieß es, mit 6,6 Milliarden Euro Umsatz und einem Plus von 89 Prozent erreichte Delivery Hero das obere Ende der Prognose. Die EBITDA-Marge, und jetzt kommt's, lag mit minus 2,1 Prozent deutlich oder leicht darunter. Und EBIT, wer das nicht kennt, Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization, so, sollte man schon mal gehört haben, ansonsten mal EBITDA einfach googeln, ist ganz wichtig zu kennen, dieser Wert. Ja, und im nächsten Fokusartikel hier bezüglich der BaFin, die nämlich jetzt aktiv wird, heißt es ähnlich wie damals zu Wirecard, schaltet sich jetzt auch die Börsenaufsicht BaFin ein. Sie teilte mit, aufgrund der starken Kursbewegung routinemäßig zu prüfen, ob Delivery Hero alle Transparenzregeln eingehalten habe. Da bin ich mal gespannt, ob da irgendwas rauskommen wird. Und für uns als Investoren hier in dem Kanal, müssen wir natürlich jetzt Gedanken darüber machen, warum ist die Aktie erstmal gefallen? Erstmal das zu verstehen, ganz klar, hier steht's ja auch nochmal in Zahlen, dass nämlich mit anderen Zahlen einfach gerechnet wurde. Es wurde ein Verlust von 1 bis 1,2 Prozent. Hier erwartet, in absoluten Zahlen wären das 440 bis 530 Millionen Euro gewesen, liegt allerdings hier ein Verlust bei 781 Millionen vor. Und das ist natürlich eine herbe Enttäuschung einfach, weil Unternehmen wie auch HelloFresh konnten in Zeiten der letzten zwei Jahre auf schwarze Zahlen kommen. Und das hat Delivery Hero verpasst und nicht geschafft. Die Konkurrenz ist natürlich riesengroß bei diesen ganzen Dingern. Und wenn man auf verschiedene Gutscheinseiten und sowas im Internet geht, bekommt man auch permanent solche Gutscheine für Neukunden, dass man da kostengünstiger neu bestellen kann. Wo soll auch wirklich der Mehrwert herkommen, dass da ein guter Umsatz generiert wird und dann unterm Strich auch eine schwarze Zahl bleibt. Und genauso das nächste Problem für diese Branche ist natürlich jetzt das besser werdende Wetter. So, dass die Zahlen dementsprechend wieder runtergehen werden. Die Leute gehen eher ins Restaurant. Oder aber viele, weiß ich auch, gucken YouTube-Kanäle, wo gekocht wird, schauen sich da Tipps an und sagen, nö, warum soll ich denn bestellen? Das ist viel zu teuer. Gemeinschaftlich, gemeinsam in der Küche, weil wir eh alle eingesperrt zu Hause sind, kann ich das doch viel besser nutzen und mache das für mich mit der Familie zu Hause. Aber schreibt mir eure Meinung unten rein. Dann schauen wir nochmal so zwei Aktienwerte hier an. Da haben wir einmal Alphabet, also die Mutter von Google nennt man das ja mittlerweile. Und die ist auch wieder gut gestiegen. Da ist wieder ein bisschen was passiert mit einem Plus von einem Prozent innerhalb von einer Woche und von gestern hier auch nochmal schön nach oben gegangen. Also genau das, worauf ich gestern spekuliert habe bezüglich Tesla beispielsweise auch schon, wo ich ja sagte, steht gerade etwas über 6,730 waren es und jetzt schon wieder ganz knapp hier vor der 800er Marke. Also von daher, da tut sich gerade was. Das ist natürlich aktuell ein Risiko, da reinzugehen. Keine Frage. Warum? Ganz klar, weil wir noch nicht wissen, wie und was mit Russland oder Ukraine jetzt auch in den nächsten Wochen passieren wird. Und generell haben wir eine sehr, sehr große Volatilität aktuell in dem Markt, wie wir ja schon seit Wochen gemerkt haben. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ja fest der Überzeugung, man sollte eher dann kaufen, wenn alle verkaufen und dann verkaufen, wenn alle kaufen. Ja und ein ähnliches Verhalten sehen wir natürlich hier auch im DAX. Also wenn ich auch, ich finde das relativ langweilig, so ein paar Aktienkurse zeigen, oh, der ist in Prozent oder so gestiegen. Ich wollte es jetzt hier heute nochmal mit reinnehmen, weil man doch direkt wieder hier ganz stark merken kann, was für Auswirkungen politische Entscheidungen haben auf Finanzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man am Schirm haben sollte. Und dementsprechend DAX wieder voll und ganz da, hier bei 15.300. Also der Keller hier unten, das war schon heftig. Ja, zunächstens haben wir hier so eine Nachricht über XRP, Ripple. Und ich habe ja heute schon häufig darüber berichtet, weil Ripple ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz spannendes Projekt. Und ihr könnt immer sagen, ob ich so ein Special-Video, wo ich ein paar Minuten länger über XRP sprechen soll, machen soll, weil die sind ja auch schon in verschiedenen Gremien in den USA, wo die mit drin sitzen. Also was ich vermute, was kommen wird, die SEC, also die Börsenaufsicht, wird mit der Klage nicht durchkommen, man wird sich irgendwie einigen, irgendwas in der Richtung wird passieren, weil so langsam, habe ich das Gefühl, eine gewisse Abhängigkeit von XRP, von Ripple passiert. Und dementsprechend könnte es darauf hinauslaufen, dass der Token dann, der ja dazugehört, auch bald durch die Decke geht. Aber nur noch so reingesponnene Gedanken durch verschiedene andere Sachen, die ich gelesen habe, jetzt mal hier frei rausgehauen. Weil bei XRP ist es halt wirklich ganz wichtig, man soll nicht sagen, das ist jetzt ein supertoller Coin oder sonst was, sondern es geht ja um die Technologie, die dahinter steckt, die damit einherkommt. Die ist ja viel, viel umfangreicher als jetzt einfach, wir haben hier einfach einen Token wie ein Shiba Inu oder ein Dogecoin, so ein Spaßcoin. Nein, da steckt ja wirklich ein ganz krasses Konzept hinter. Und dementsprechend, ich glaube, XRP ist aktuell wieder mal massiv unterbewertet. Und wenn wir uns den Kurs nämlich hier angucken, er lädt gerade, sehen wir das hier. Hier ist eine relativ starke Volatilität im Markt vorhanden. Hier von einem Peak unten 56 Dollar Cent, Euro, nee Dollar Cent sind es genau, hier zu aktuellen 83 Dollar Cent. Aber glaubt mir, wenn da was Richtiges kommt und Zwift beispielsweise abgesetzt wird und das läuft hier über XRP, dann, Leute, dann geht das Ding richtig durch die Decke. Aber schreibt mir in die Kommentare, wenn ich mir was auswilligeres zu machen soll. Ja, ansonsten habe ich noch das hier. Ich hatte ja über den Bitfinex Hack hier berichtet, ein bisschen, sodass ja auch die eine Dame hier verhaftet wurde mit ihrem Geliebten oder was auch immer das ist. Und die tatverdächtige Razzle Keen, Vulkan, ist jetzt auf freiem Fuß. Eine Hälfte der mutmaßlichen Bitfinex Diebespaares ist auf freiem Fuß. Heather Morgan aka Razzle Khan, Razzle Khan, wenn man es so ausspricht, kam die Untersuchungshaft auf Anordnung des zuständigen Richters verlassen. Ja, Leute, also ein ganz, ganz spannendes Thema. Und denn da geht es ja um fast 120.000 Bitcoin, die entwendet wurden. Und dementsprechend jetzt will Netflix dran gehen. Und mittlerweile habe ich so das Gefühl, spornt das vielleicht irgendwelche Kandidaten an, irgendeinen Quatsch zu machen, in der Hoffnung, teuer an Netflix seine Story zu verkaufen? Mal so rein philosophisch als Frage gestellt. Auf jeden Fall hat ja Netflix Dokuserie über das Ehepaar angekündigt, das mutmaßlich 4,5 Milliarden US-Dollars mit Bitfinex-Hacker in Bitcoin waschen wollte. Tiger King-Regisseur Chris Smith soll das schillernde Leben des Ehepaars auf den Bildschirm bringen. Ja, das Volk braucht Brot und Spiele, wie man so schön sagt. In diesem Sinne, schreibt eure Meinung gerne unten rein. Nochmal den Hinweis, Abo jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle da lassen. Das freut mich sehr. Glocke aktivieren, ganz wichtig, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Haut rein, bis zum nächsten. Danke und ciao. Ein Kursrutsch, hier Ermittlungen einzuziehen. Die FEM... Schreibt eure Meinung zu den Kommentaren.